Schon am Donnerstag kam es zu heftigen Gewittern im Land. Besonders betroffen war diesmal Wien. Ab Freitag könnte sich die Lage noch weiter zuspitzen. Am Wochenende besteht laut Informationen der österreichischen Unwetterzentrale örtlich erneut die Gefahr von großen Regenmengen in kurzer Zeit. Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, das Wetter gestaltet sich jedoch weiterhin unbeständig. Das Zusammenspiel aus energiereicher Luft und ausgeprägter Höhenströmung begünstigt in den kommenden Tagen kräftige und teils langlebige Gewitter. So Meteorologe Nikolaus Zimmermann. Damit nimmt auch die Gewittergefahr erneut zu. Neben Überflutungen und Vermurungen kann es auch zu Hagel und stürmischen Böen kommen. Experten von Skywarn Austria sprechen sogar von Hagelkörnern, die bis zu 6 cm groß werden können. Besonders hohe Gewittergefahr herrscht von Kärnten bis ins Burgenland. Schon im Laufe des Freitagnachmittags ziehen die Unwetter von Südosten über das südliche Niederösterreich und weiter in Richtung Osten und Nordosten. Somit besteht von Unterkärnten über die Weststeiermark und das Grazer Becken weiter Richtung Mittel- und Nordburgenland bis ins südliche Niederösterreich am Nachmittag und Abend Unwetteralarm. Ähnlich sieht die Wetterlage am Samstag und Sonntag aus. In der nächsten Woche dürfte uns laut Unwetterzentrale eine Kaltfront erfassen. Mit den Temperaturen geht es dann auch wieder bergab.